Hey Leute, freut ihr euch schon auf das erste Playoff-Heimspiel? Okay, dann denkt an euer Playoff-Handtuch. Und wisst ihr auch schon, was ihr mit dem Handtuch machen müsst? Dann lernt ihr es jetzt. Wir starten mit dem Helikopter. Streckt euren Arm nach oben aus und wähdet das Handtuch kreisförmig über eurem Kopf. Super, nächster Move. Die Peitsche. Und jetzt der Boxtrainer. Ihr wisst, was zu tun ist. Auf geht's, Baskets. Hück oder nie. Hey, hück oder nie. Setz alles auf ein Kart. Hey, hück oder nie. Als wäre die letzte Nacht. Hey, hück oder nie. Was du anpackst, willst du ja. ного.